Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914, hier wieder aus der USA. Wir sind im Krieg gegen Mexiko. Mexiko mit seinen verbleibenden fünf Provinzen sollte also jetzt kein sonderliches Problem mehr sein. Hier die Festungen sind zwar relativ hoch ausgebaut, das sehen wir schon daran, wir können da nicht direkt reingucken. Aber das werden wir mit unseren Geschützen alles soweit erledigen. Hier können wir noch wieder Truppen mit nachziehen, um uns hier hinten noch ein bisschen zu pushen und marschieren dann mehr oder weniger schon auf die Hauptstadt zu. Guerreiro ist dann halt auch noch eine Frage der Zeit. Unsere mehr oder weniger eroberte Artillerie, die ja hier aus der Fabrik kommt, die beschädigt war, die wir ja nur repariert haben, wird uns da dann auch noch ein wenig unterstützen. Dann brauchen wir nicht mehr mehr großartig Truppen durch die Welt ziehen, da der gesamte Rest hier mehr oder weniger reichen sollte, mit der entsprechenden Feuerkraft hier vorzugehen, um das hier alles dann endgültig zu klären. Vom Punktestand sind wir momentan mit 1.404 Punkten dabei. Hier sehen wir auch die Verlustraten. Mexiko mit 395, gegen die Vereinigten Staaten mit 90. Also wir haben mehr als 300 Einheiten mehr vernichtet, als sie selber verloren haben. Das ist natürlich immer gut, das ist sehr, sehr positiv. Und dann ist das Ganze hier halt auch bloß noch eine Frage der Punkte, bis das Ganze hier endgültig erledigt ist. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal wieder einen kleinen Cut und schauen, wie es in Guerreiro weitergeht. So, da sind wir wieder und wie ihr seht, das Spiel ist beendet. Also hier hinten die Eroberung von Waxaca ist mehr oder weniger ausreichend gewesen. Wir haben es nicht mehr geschafft, die Artillerie hier weiter fortzuziehen in Richtung Chiapas. Da war die Runde schon vorbei. Auch hier hinten der Gedankengang nach Kingston zu gehen hat auch nicht mehr funktioniert. Da sind wir auch nicht mehr angekommen. Wir haben gewonnen, Mexiko ist unterlegen und die Runde ist damit beendet. Entsprechend gab es auch hier die Punkte 1651, haben wir mittlerweile erreicht. Ja, und sind damit im Prinzip durch mit der ganzen Geschichte. Halt eine kleine nette Sache, war mal eine interessante Karte, mal einen 1 gegen 1 zu machen. Ohne große Verbündete oder Sonstiges, sondern wirklich nur, wo man selber was tun musste. Für Mexiko war der Nachteil der Angriff. Die Idee war zwar ganz gut, aber wir hatten ja da schon eine etwas höhere Festung. Da gab es natürlich für Mexiko dann ziemlich hohe Verluste. Das konnte Mexiko im Laufe des Spiels nicht mehr ausgleichen. Ist auch sehr, sehr schwierig, wenn man da mal eben 250 Mann verliert, 250.000 Leute. Das ist halt schwer, bei so einem kleinen Mann hat keinen Partner, auf den man sich dann verlassen kann oder auf den man zurückgreifen kann. Das ist dann natürlich sehr, sehr schwierig und von daher ist Mexiko unterlegen. Vielen Dank an den Spieler, der hier mitgemacht hat. War eine nette und schöne Runde und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Supremacy 1914. Bis dahin dann, tschüss und bye bye. Bis dahin. Untertitelung. BR 2018